Das Synchronie-Kochlea-Implantat hilft Menschen, die an einem schweren bis hochgradigen Sensor in neuralem Hörverlust leiden, ihr Gehör wiederherzustellen. Personen, die an dieser Art von Hörverlust leiden, hören fast oder gar nichts mehr. Manche können nur noch ganz laute Geräusche wahrnehmen. Das Synchronie-Kochlea-Implantat-System besteht aus zwei Komponenten, dem extern getragenen Sonnet-Audioprozessor und dem unter der Haut platzierten Synchronie-Kochlea-Implantat. Der Sonnet-Audioprozessor kann bequem hinter dem Ohr getragen werden und seine Spule sitzt direkt über dem Implantat, das chirurgisch unter die Haut eingesetzt wird. Vom Implantat geht eine flexible Elektrode bis in die Kochlea. Die Kochlea ist jener Teil des Innenohrs, der Schallwellen in Nervenimpulse umwandelt, die vom Gehirn als Hörinformation verarbeitet werden. Die apikale Region in der Kochlea ist zuständig für die Verarbeitung von Tiefentönen. Die Basis der Kochlea verarbeitet die Hohentöne. Die Kochlea ist übersät mit tausenden Nervenzellen, den sogenannten H-Zellen. Schallwellen stimulieren die H-Zellen, die Schall dann als Nervenimpuls an den Hörnerv und somit ans Gehirn weiterleiten. Bei Personen mit sensorineuralem Hörverlust im Hochtonbereich sind viele dieser Haarzellen in der Kochlea beschädigt. Dadurch werden keine Nervenimpulse mehr produziert. Ein Kochlea-Implantat umgeht diese beschädigten Haarzellen, indem Hörinformation in elektrische Impulse umgewandelt wird und diese Impulse direkt an den Hörnerv weitergeleitet werden. Der Sonnet-Audioprozessor empfängt also Klänge aus der Umgebung und wandelt die empfangenen Schallwellen in elektrische Signale um. Diese Signale werden über eine Spule, die magnetisch über dem Implantat sitzt, an das Implantat gesendet. Das Implantat kann die elektrischen Signale in elektrische Impulse umwandeln. Diese werden über die Elektrode in die Kochlea geleitet. Dort stimulieren die Impulse genau jene Orte in der Kochlea, die für die jeweilige Frequenz zuständig sind. Die natürliche Stimulation über die H-Zellen wird künstlich erzeugt, wobei durch die naturgetreue Nachahmung ein möglichst natürliches Hören erzeugt werden kann. Die elektrische Stimulierung in der Kochlea leitet die Hörinformation an den Hörnerv weiter. Der Hörnerv leitet die Signale an das Gehirn weiter. Das Gehirn verarbeitet die Signale und der CI-Träger nimmt die Schallinformation bewusst als Gehörtes wahr. Für mehr Informationen zu unseren Hörimplantatsystemen klicken Sie einfach auf eines der Implantate. Das Gehirn verarbeitet die Signale an das Gehirn verarbeitet hat.